Wladimir, du hast begnadete Hände. Das weiß ich nicht. Ich mag dich zum berühmtesten Entertainer aller Zeiten. Morgen gehen wir auf Tournee. Du willst dich nur vor unserem Anstremen drücken. Denk doch mal an die Zukunft. Deswegen müssten wir zu dieser lebenswürdigen Untersuchung. Außerdem, als Puppenspieler bin ich eine Katastrophe. Quatsch, dein Talent gehört auf die Bühne, nicht in die Praxis. Hören Sie nicht auf Ihren Bauch, gehen Sie zur Darmkrebsvorsorge. Der hat nicht mal im Wartezimmer Lammfieber. Schon gut, schon. Bis zum nächsten Mal.